Wir zählen einfach wieder, wir machen die alte Methode, wir graben uns vorhin zum Bedrock runter hier. Aber das ist ja, hier, Bedrock weiß man ja nicht, welche Höhe das ist genau. Doch, doch, der Höchste ist immer 5. Ja. Es sind dann auch 5 Schichten, auf denen es Bedrock gibt. Ja, wir müssen ein paar ausgraben. Wir müssen noch die oberste Schicht Bedrock finden. Hm, 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 lecker Cashews. Ah, ich hab schon von dir Bedrock. Ich guck mal, ob das auch die Höchste. Ja, das sieht stark nach... Ah, ne, hier ist noch eine. Ich hab mir schon gedacht, dass ich was zu trinken brauch, aber... Ich denke mal, das hier ist die 5. Hast du schon einen Liter weg, oder was? Ja, schon einen Liter weg. Ja, ich hab jetzt... Oh, ich nicht ganz, aber knapp. Viel fehlt da nicht mehr. Brauch mal Kohle ab. Weil ihr ja noch nicht genug habt. Ja, genau. Ne, ne. Von Kohle kann man nie genug haben. War die oberste 5 oder 6, Gabi? Ich glaub, dann steht man auf 5, also ist bei 6. Da müssen wir einen Noob fragen. Der hat sich da so mit den Zahlen. 3, 8, 9, 10, also einen noch hier, also 11. Sind das denn hier die obersten? Ist das denn die oberste? Ja, ja, das war die oberste, ja. Weil das zählt hier nur 4. 1, 2, 3, 4. Ja, dann versuchen wir noch eine oberste zu finden. Das ist die oberste. Eine da drunter vielleicht noch. Ne. Achso, da drunter. Ja, aber das ist ja... Wir brauchen ja eh nur die oberste. Ah, wer weiß. Egal, wird schon passen. Ja, wir sind auf jeden Fall auf eine guten Höhe. Am besten machen wir jetzt wieder hier unseren Gang, ne? Zweimal, immer zweimal, zwei weiter versetzt. Ja. Würde ich sagen. So machen wir das eigentlich immer, Florian. Wir buddeln eigentlich immer zwei quer. Und dann halt immer... Also, dass zwischen den Leuten, die buddeln, immer zwei quer absteuert sind. Praktisch. So, und jetzt finden wir... Wir gehen jetzt mal grad Dias finden hier. Ja, genau. Wir finden jetzt einfach mal Dias hier. Ja. Habt ihr alle noch Fackeln? Äh, zwei. Oh, zwei ist wenig. Warte mal, dann bringe ich dir mal grad noch welche vorbei. Jetzt nur noch eine. Aber ich hab Redstone. Hier. Warte. Äh, äh, da. Ich hab auch bloß noch... ...unddreißig. Aber ich... Danke. Hab ich nicht noch Sticks. Äh, ich hab nur normales Holz Läppsch. Naja, gut. Dann verbrat ich das mal. Warte mal, ich geb dir noch welche. Oh, Kies. Hier hast du noch welche. Danke. Bitte. Ja, oh, Kies, ey. Ich hasse Kies, echt. Kies ist so unnötig. Ich brauche Kies für gar nichts. Ich brauche Kies noch nicht mal für Wege. Der war eigentlich gut aus. Was? Machst du Kies? Ja, okay. Ja, aber brauchen, das war jetzt... Brauchen tue ich es nicht. Ich kann auch Wege auch so bei anderen bauen. Ja. Ich bin ja sowieso das... Das Einzige, was ich irgendwie... ...baue, sind Burgen. Ich kann nichts anderes bauen eigentlich. Ich bin da ja sehr unbedarft, muss ich sagen. Sehr unkreativ vor allem. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich bin Publix-Servern, da siehst du Leute. Du siehst dann irgendwann... Du siehst halt, dass die online sind. Und die schreiben immer die ganze Zeit nichts. Und irgendwann portest du dich mal zu denen. Ey, da stehst du echt teilweise vor alles. Und du denkst, ey, Typ, wie denkst du dir sowas aus? Ey, was geht in deinem Gehirn vor, dass du sowas bauen kannst? Das ist wirklich krass teilweise. Die bauen echt so geile Sachen. Hi. Ja, ja. Ich habe, äh... Ich schätze, das größte Non-Cheat-Gebäude gebaut. Also, es ist nicht fertig geworden, aber es ist so riesig. Okay. Also, der Server, den gibt es jetzt eigentlich so nicht mehr. Hier, da war dann, so aus, äh, Homebricks, denn gerade billig, musste immer Stein farmen und, äh, brennen. Ja, ja, klar. Ja, dann habe ich mit ein paar Leuten erstmal, äh, anderen auch Aufträge gegeben. Die sollen Stein farmen, Kohle farmen und so. Ja. Die dann auch für Ingame-Währung bezahlt. Das gehört, und, äh, ja, dann, ich schätze so, allein, so eine Kathedrale, halt, äh, ja, Kathedralengröße, halt. Ja, Kathedralengröße, halt. Kann man sich darunter vorstellen. Ja, ich weiß, es gibt ja so Freaks, die bauen dann halt irgendwie, äh, Kölner Dom nach oder sonst irgendwas. Da wirst du ja echt bescheuert. Ja. So bescheuert wäre ich auch wieder nicht. Das ist wirklich irre, ja. Ja, das ist schon, äh, mindestens zwei Blöcke lang oder so. Ja, das geht aber auch recht schnell, ne. Oder Drammlad. Dass man das irgendwie so riesig hat. Ich finde, ich finde es so total verrückt. Dann lab ist doch schwuli toll. Ähm, die Leute, die so die ultrakranken Redstone-Schaltungen bauen, die dann irgendwelche Prozessor-Units daraus bauen und so. Ja, oder hier, äh, so Klaviere, so automatische und so ein Zeug. Das ist schon extrem. Ja. Das bauen die ja echt teilweise. Das ist irre, ey. Das ist, ähm, übrigens richtig toll hier mit dem Diamant, weil wir ja schon so wahnsinnig viel jetzt gefunden haben hier. Und, ähm, meine Spitzhacke, meine Diamantspitzhacke bald den Geist aufgibt. Ja. Das ist echt irre hier. Das stimmt schon. Aber wir haben uns jetzt echt schon ziemlich weit gemuddelt. Ja. Und nichts gefunden. Nee. Kann irgendwie nicht sein. Das ist wirklich bescheuert, ey. Und einen Lavasee gefunden. Das raucht was. Immerhin kalt. Guck dich da mal um. Vielleicht findest du da noch Dias oder so. Ja, ist oft bei Lava, ne. Also bei so Lavasänen. Dass man da Dias hat. Auf an was für einen Lavasee. Die auch Lava sehen, wo gar nichts ist. Ja, klar. Weißt du, wenn der Hölle ist. Ja, auch kein Material. Naja, ja, okay. Das war was anderes. Ich hab Gold gefunden. Ja, ich hab auch. Ich hab ganz gut was an Gold abgebaut. Ich hab mich ein bisschen nach oben in der Hoffnung, was zu finden. Oh, das ist echt unfassbar, ey. Kein. Was ist los? Ja. Oh, Öle. Ölstone. Cool. Workbench. Biste. Öfen. Nee. Doch. Fassbar. Das machst du doch mit Absicht. Aber echt. Mit so nem Dingens. Mit deiner Minimap. Äh, die hab ich jetzt ausgestellt, die Minimap. Ach so. Performance weg. Prima. Einzige, äh, die einzigen Punkte, die ich eingespeichert hab, war wirklich da, waren die Spawner. Die drei. Ja, so kriegt man ne Diamantspitzhacke kaputt, ohne neue Diamanten zu finden. Das ist toll. Ich mein Gold. Gold ist toll und schön und wir finden echt viel davon und alles super, aber... Mal Spitzhacken machen. Ja, gute Idee. Vielleicht findet man da schneller Diamanten. Genau, aber das wär's, wenn die dann automatisch so Diamanten irgendwo spawnen. Diamantenfinder. Genau. Ja, das wär da echt geil. So Wünschelruten, Spitzhacken. Aber es gibt auch in Minecraft irgendwie solche Trüffelschweine, sag ich mal, die dann auch immer Diamanten finden. So, die richtig Glück haben. Ja, das stimmt. Ja, er meint Leute, die Glück haben. Ach so, ja. Ja, das stimmt schon. Ja, normal sind wir auch so, welche dieser Spezies, aber... Weiter irgendwie. Nicht so ganz. Ey, das für euch. Das gibt's ja gar nicht. Wahrscheinlich, ey, weißt du, wenn ich jetzt hier X-Ray anmachen würde, ist, hättest du links und rechts wahrscheinlich 26.000 Dia vorkommen, an denen wir uns ganz knapp vorbeigebuddelt haben. Wahrscheinlich. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Das gibt's ja echt nicht. Redstone. Ist deine Hack schon kaputt, Gavi? Äh, nee, aber bald. Das gibt's nicht. Manchmal finden wir ja echt super viele. Das ist ja manchmal echt absolut krass. Was wir in Sessions schon teilweise für Diaz gefunden haben, ey. Oh, wo komm ich denn jetzt hier raus? Wasser! Boah, das ist aber auch so eine spannende Tätigkeit, ne? Ich bin in der Höhle rausgekommen, ja. Das ist super interessant. Ich komm mit dir rüber. Äh, hat hier einer einen dreimal hohen Weg gebaut? Ja, wie? Ja, die ganze Zeit jetzt. Äh, Diaz, glaub ihr seid irgendwie blind. Wieso? Ihr habt euch weitergegraben und, äh, direkt unter euch war Tiermann. Wo denn? Ich geh mal mal einen Gang zurück. Bei mir war das nicht, das war beim Fritz. Warte mal. Doch, bei dir. Echt? Boah, Gavi, du bist so blöd. Wo denn? Ich lauf gerade den Gang zurück und ich seh euch nicht. Wie gesagt, ne? E-Mails an, äh, suchefähigenmitspieler.atfritz.de Oh, geil. Juhu, Diaz. Ihr kennt die E-Mail-Adresse jetzt. Suchefähigenmitspieler.atfritz.de Aber ohne Witz, Junge. Gavi, du bist echt ne Marke, ey. Soll's sein? Ja, gut. Ja, es sind neun Diamanten. Ich hab fünf gefunden. Also haben wir jetzt 14. Das ist hervorragend. Das ist schon mal ne ganz gute Ausbeute direkt. Das gibt's gar nicht. Ja, da buddelt er sich da lang und läuft einfach immer Diamanten rüber. Also, ey. Das ist irgendwie so, wenn man direkt vorne am Berg steht und gräbt, weißt du? Das Übliche halt. Typ, du bist echt so ne... Ja, aber deswegen lass ich immer ein bisschen Abstand eigentlich. Ja, ich auch. Die Betonung liegt aber auf eigentlich. Ja, ja, genau. Und wie weit ihr schon seid, da sind schon die Steine irgendwie, die spawnt. Vorher hinbekommen. Ja. Siehste mal. Ne, die hat er aufgesammelt. Ne, hat er nicht. Ne? Ne, ich kann nichts mehr aufsammeln. Okay. Hm, ich geh mal hier die Höhle ein bisschen hoch. Guck mal, was hier oben so abgeht. Bin jetzt hier erstmal in der Höhle, die du gefunden hast, Gabi. Ja, ja, in der bin ich auch jetzt. Bist du auch? Gegangen. Was schmeiß ich weg? Kies. Check mal hier die Scheiße auf, ob ich irgendwie Dias finde. Weil ist ja nicht so, dass wir jetzt genug hätten. So ist es ja nicht. Ne, ne. Ich könnte da definitiv noch so 30 vertragen. 30 Stacks, ja. Ja, 30 Stacks, genau. 30 Stacks, Dias. Wie könnte man so so gesamten Behausungen aufs Dias bauen? Naja, das noch nicht, aber das wäre auf jeden Fall schon ziemlich cool. Echt, so lange, bis wir uns so ein riesen Hochhaus aus Dias bauen können, Gabi. Oder bis ihr den Ender-Drachen besiegt habt. Kriegt man da irgendwas? Ne, ne. Abspann. Ähm, 20.000 XP-Punkte. Also nicht Level, aber XP-Punkte. Ja. Und Level 1 kriegt man, wenn man, äh, Level 1, wie viel war Level 1? Level 1 waren 1, 20 XP-Punkte. Okay. Gabi, wo seid denn ihr jetzt hin? Ähm, also ich bin hier in dieser Hülle weitergelaufen. Hör, ist hier, ist hier ein Chunk-Fehler? Wo? Ist mir ein Chunk-Fehler? Bittendrin. Ja, passiert, ne? Warte mal, hier bist du, äh, Florian. Rechts jetzt, rechts. Wo rechts? Ich hab da oben gerade den Feper gesehen. Wo ist er denn? Bei mir, bei mir ist hier der Gang und dann ist gar nichts mehr. Okay. Gabi, wo bist du? Wo bist du hingelaufen? Ich bin in der Höhle, warte, ich komme mal zurück. Ich reconnecte mal. Ich hab nämlich da direkt wieder den, so einen weiteren Höhlenanschluss gefunden. Wo bist du hier? Ach da, okay. Warte mal, wir müssen kurz an Florian warten. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Da ess ich noch ein paar Nüsschen so lange. Ein paar Nüsslein. Ein paar Nüsschen. Dass du das immer noch antust, dass du ständig was in der Hand hast, was größer sind als deine Nüsslein. Ah, ich hab Gold gefunden. Der Gabi, der hat nämlich in die Talen Minderwuchs. Aber das darf ich eigentlich keinem erzählen, aber ich bin immer so böse. Wo bist du hin, Florian? Äh, ich wollte mich hier kurz noch graben. Florian, ach da, weil ich's wüsste. Du wirst gar nicht, welche Höhe ich bin. Und hier ist auch überall Eisen und Gold. Ja, haben wir auch ohne Ende gefunden. Ich hab so viel Zeug. Ich hab jetzt genau zwei Stacks Eisen. Eins gebrannt, eins normal. Einen halben Stack Gold schon wieder. Äh, fünf Dias. Anderthalb Stacks Redstone. Eins Stack Lapp ist la Schwuli. Und noch noch zwei Stacks Kohle. Boah, und ich hab tierisch gerülpst. Nee, nee. Gar nicht. Wo, sag mal, wo ist der Gabi denn jetzt schon wieder hin? Ich bin da hier noch, hier vorne. Da, wo wir uns gerade getroffen haben. Hier, hallo. Ach da. Florian, was machst du? Ich baue Eisen ab. Okay. Und Gold. Wir wollten hier gleich mal die Höhle erkunden. Boah, ey, dieses Wasser, Gabi, macht doch hier mal das Wasser aus, was hier die ganze Zeit reinläuft. Genau. Ja, mach mal. Ja, bin ja schon. Bleib mal noch dran. Cobblestone ist wertvoll. Das hab ich gelernt. Was ist wertvoll? Cobblestone. Äh, wieso? Äh, ich hatte mal sehr stark Cobblestone-Probleme öfters. Und, äh, da merkt man nach einer Zeit, wenn man irgendwie 50 Stack oder so braucht. Ja, das stimmt schon. Ja, man braucht halt immer mega Mengen, ne? Ja, ja. Entweder brauchst du gar nichts oder unvorstellbare Massen davon. Ja. Ich kann nix mehr aufsammeln, Gabi. Kann ich einfach wegwerben. Gravel weg. Oh, ich jetzt auch. Ich werd mich hier mal an den Lavamülleimer begeben. So. Was für ein Lava? Lavamülleimer. Gravel weg. Oh! Komm mal bitte zu mir. Wo bist denn du? Äh, oder Fritz? So, aber ich wollte hier grad so ne schöne Treppe machen. Und dann? Cobblestone-Farm. Was hast du vor? Oh, Diamonds! Diamonds! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich will auch. Noch mehr, noch mehr. Wo sind noch mehrere? Boah, endlich haben wir die Arnten gefunden. Junge, 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 ey. Ich hab mich, ich wollt hier ne Treppe. Jo. Also, wenn ihr... Du wolltest einfach nur so Stufen reinbauen, ja? In die Schräge. Das hat ja funktioniert. Wollt da jetzt eigentlich ein Crafting-Table bauen, aber ich... Wo wolltest du jetzt rein, Fritz? Wolltest du da hinten rum, oder was? Jo, keine Ahnung, mal gucken, ne? Achso. Ja, weil ich da unten noch einen Anschluss an ne neue, an ne andere... Ah, ne, hier ist Ende. Ja, dann, zeig mal wo. Ja, das Ende auf jeden Fall. Das ist so ein Rundgang. Na? Ach, ich lauf einfach weiter. Für Redstone, ich... Aber nein. Eigentlich würde ich das ja mitnehmen, aber... Ach, hier hoch? Ja, ich war noch nicht oben. Äh, Alter, da sind Viecher. Oh, könnte man so sagen, ja. Wow, das kommt nicht gut. Sport euch. Muss dringend fressen. Boah, Alter, waren die Viecher. Das war lustig. Hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich erst noch was essen. Ich will noch mal Diamanten finden, das macht Spaß. Das stimmt, ja. Das macht eigentlich voll Spaß. Der Flo ist ein Schwein. Boah, hier geht's ziemlich runter. Alter, hier ist noch eine ziemlich tiefe Höhle, Gabi, wenn man da hinten weitergeht. Ich will das hier mal grad abchecken. Hier sind schon Dias. Also, ich sag nur eins. Immer alles abtragen. Egal welches Erd, immer alles abtragen. Das ist rundlegend für mich. Ich hab schon mal Diamanten gefunden, als ich Kohle abgebaut hab. Ja, klar. Das kommt vor. Das kommt vor. Relativ oft sogar. Aber ich bin jetzt so schnell, so weit gelaufen, dass ich glaube ich jetzt schon nicht mehr zurückfinde. Oder als ich mir eine Treppe gebaut hab. Das war letztens, als ich mir eine Nappe gebaut hab. Das weiß ich nicht. Ich bin unter, ich bin unter dir, Florian. Was? Wo? Ja, hier geht's auch so wahnsinnig tief runter. Nur ich hab keine Lust, ob ich da jetzt mal runtergehen soll oder lieber nicht. Wo bist du denn, Gabi? Das Gerät hat sich dabei gerade schon selbst getötet. Also, ich spring nicht runter, ich baue mir jetzt eine Treppe. Vielleicht finde ich Diamanten. Hier ist Wasser, also ich kann mich hier runter liften. Gabi, komm mal her. Nein, nicht liften. Spring einfach. Bau dir eine Treppe, dann... Ach, hier unten geht's aber nicht weiter. Moment. Hier war mal Lava. Bau dir eine Treppe, dann findest du Diamanten. Immer wenn man Treppen baut, findet man Diamanten. Hier, Gabi. Ich bin direkt neben dir. Ja, ja, ich komm auch schon wieder hoch. Jetzt meine These. Hat Notch bestimmt so eingebaut. Ja. Der hat da so einen Treppenbau-Erkennungsalgorithmus. Behind you? Ja. Behind you. Tag auch. Gabi, behind you. Behind mau. Behind you. Der hat dann bestimmt hingeschrieben, If Player baut, äh, Treppe, dann bauen Diamanten. Ja, genau. Player is borrowing some stairs, äh, get diamonds there. Ja, nicht? Das klingt ja wohl mal logisch. Ach, Leute. Das klingt logisch. Genau so wird er das... Der hat das einfach... Einfach so hat er das da reingeschrieben in den Quelltext und dann hat das funktioniert. Ja, eben. Ja, das versuche ich dann mal rauszufinden, wo er steht. Ich hab ja den Quelltext. Ja, genau. Ja, den kriegt ja jeder. Ist ja... Ja, genau. Nee, ist aber verschlüsselt. Und, äh, if a player finds... If a player finds a sackgassy... Ist verschlüsselt? Hier, if a player finds a sackgassy, animate him to make a rätsel out of it. Das hat er da auch in den Quelltext reingeschrieben und das hat auch prima funktioniert. Wir finden nämlich hier gerade raus, wie der das gemacht hat. Also alle, die bisher meinen, sie hätten von Java-Programmierung Ahnung, ne? Fragt uns mal, ihr könnt bei uns eine Schulung besuchen. Äh, javaschulung.at fritzor.at suchtneuenmitspieler.de Ähm, da könnt ihr euch anmelden und für 6.000 Euro bei mir einen, ähm, Java, Notch-Java-Grundkurs belegen. Wichtig ist, dass ihr unbedingt beide Ads in der E-Mail-Adresse drin habt. Ganz genau. Das funktioniert ja nicht. Das ist das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte eigentlich. Gabi, wie sieht's aus? Laufen wir einfach mal ein bisschen im Kreis, aber... Wo sind wir jetzt hier wieder? Ach, da seid ihr. Ich suche euch grad. Moin. So, und jetzt? Ich könnte mal pinkeln gehen und so. Und rein theoretisch auch mal eine Zigarette verkraften. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja. Sollen wir mal kurz pausieren oder so? Sollen wir mal kurz pausieren oder so? Ja, oder so. So, ich wär dafür. Ja, oder so. Dann könnte ich mir meinen dritten Liter Wasser holen. Ja, das könntest du machen. Dann lass doch mal alle grad stoppen und bis zum Ende. Alles klar. Okay, dann bis gleich. Und tschüss. So, warte jetzt. Ja, ähm, Florian und ich haben gerade irgendwie über, ähm... Game-Controller für den Rechner gequatscht. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich zocke eigentlich immer mit dem 360-Controller und dann halt... Wo ist denn der Florian? Ach, da. Da darf ich. Ach ja, okay. Und ich muss sagen, ich bin ja, was Konsolen angeht, ich hab ja, ähm... Ich sammle ja so ein bisschen Konsolen, ne? Ich hab ja so... Mir fehlen noch natürlich sehr, sehr viele, aber ich hab halt so ein Sega Master System 1 und 2, Mega Drive 1 und 2, Mega CD und 32X und Dreamcast und, ähm, ein Super Nintendo N64, was weiß ich was. Xbox, Xbox 360. Genau. Und noch ein Game Gear und... Ach, ich weiß es gar nicht. Ach so, Gabi, ähm... Kennst du eigentlich einen Laden, die, äh, alte Spielkonsolen reparieren? Du könntest mal bei... Gamefreaks oder GameStop nachfragen. Weil beim Marcy, wir müssen mal den Saturn wieder fit machen. Oh, das ist richtig. Einen Saturn brauche ich auch noch ganz dringend. Den müssen wir auf jeden Fall... Ja, der Marcy hat ja einen. Ja, ja. Ähm... Den müssen wir auf jeden Fall mal fit machen. Da ist nämlich... Wir hatten mal den Filterstromkabel. Das haben wir dann irgendwann mal bestellt bei Ebay. Und dann ist aber, glaube ich, das Netzteil durchgebrannt. Okay. Hm. Und beim Anmachen, das hat dann direkt den Geist aufgegeben. Ja, dann war das vielleicht doch das falsche Netzteil. Nee, das... Nee, nee, das war... Das war Original-Segelatoren. Ähm... Das war nicht das Problem, ne. Ich glaube halt einfach, weiß ich nicht, vielleicht auch irgendwie mal Feuchtigkeit reingekommen oder so, halt, dass irgendwie hier, wo du da drin hier, ähm... rumoxidiert ist. Ja, ich hab... Ich bin jetzt auch dazu übergegangen, so ein Kram... Gabi, ist deine Spitzhack schon kaputt? Nee, noch nicht ganz. Gib mal her. Wir reparieren mal. Ja, toll. Dann, ähm... Ja, müssen wir eine neue basteln. Ja. Ja. Ich hab... Ich bin dazu übergegangen... Warte, ich mach mal ein Crafting-Table hier. Hm. Ähm... Bin dazu übergegangen... Verdammt. Konsolen und sowas doch nicht mehr bei Ebay zu kaufen. Warum? Weil du bei Ebay doch noch relativ viel bezahlst. Und es gibt eine Option, die wesentlich besser ist. Nämlich? Flohmarkt. Richtig. Ja. Wir... Ich war jetzt hier letztens auf dem Flohmarkt, hab ich mir dann direkt erstmal ein neues Netzteil für den SNS geholt und ein Gamepad fürs SNS und so. Das ist echt... Hast du den neuen 360-Controller gesehen? Diese Limited-Chrome-Edition da? Nee, aber die gab's, glaube ich, schon mal. Ey, die sieht übelst geil aus. Ich... Genau, darauf wollte ich ja ursprünglich jetzt bei dem... Hier, komm mal her. Wir müssen mal hier... Gib mir mal ein paar Diamanten, dann baue ich mal, ähm... Ach, in den Ofen muss ich noch bauen. Nee. Ich hab zehn Stück. Achso, okay. Dann wären insgesamt dann jetzt neun, zehn. Verdammt. Ähm, Moment. Ich muss jetzt erstmal hier... einen Ofen... Kann mal einer in den Ofen machen? Machst du, äh, Florian? Äh, ich hab Diamanten um mich. Nee, ähm... Ja, ich... Ich find auf jeden Fall den 360-Controller bis jetzt den besten Controller überhaupt. Definitiv. Also, ich fand damals, als die Playstation rauskam, Playstation 1, war der... War der Playstation-Controller der beste, auch wenn er ziemlich klein war. Das war ja damals, da wurde gesagt, öh, der ist zu klein, der ist für japanische Hände gebaut und so. Weswegen Microsoft sich dann gedacht hat, bei der Xbox, wir machen mal einen größeren Controller und die haben's direkt übertrieben. Bei der Xbox 1. Der erste Controller, den es dafür gab, der war ja echt dermaßen riesig. Das, äh... Ich weiß nicht, also der... Da konnte irgendein Riese halt mitspielen. Und, ähm... Das war damals echt ein geiler Controller, aber... Der 360-Controller ist definitiv der beste, den es momentan gibt. Schon allein nur, weil du vernünftige Analog-Trigger hast oben. Also, L und R. Kann ich leider nicht bewerten. LT und RT. Ich hab noch nie im Time gespielt. Krass. Na gut. Ey, das war die Konsole, echt, ey. Der N64, was haben wir damit gezockt, ey? Der N64 jetzt, okay. Ja, ich hab eigentlich vom 360-Xbox-360-Controller geredet. Ach so. Okay. Der N64, da war der Analog-Stick immer nach einer Zeit so ausgelutscht. Das hat ein bisschen genervt. Ansonsten war der Controller damals auch echt cool. Ja. Hat einer Sticks? Ich hab Sticks. Ich brauch nur Diamonds. Bin nochmal hier in eine andere Höhle gerade reingelaufen. Ich bräuchte dann Eisen-Spitzhacke. Könnt ihr mir grad nochmal auch ein Schwert machen, Jungs? Ja. Welches Material? Stein. Äh, Quatsch. Stein. Eisen. So, ich mach mal zwei Diamonds-Spitzhacken jetzt erstmal. Ja. So. Oh, jetzt hab ich aus Versehen Diamonds-Schaufeln gemacht. Boah. Nein, hab ich nicht. Okay. Boah, Alter, ey. So, jetzt hab ich das Problem, ich hab keine Bretter mehr. Da liegt noch eine Diamonds-Spitzhacke. Nehm dir die. Ich hab mal wieder Gold gefunden, ausnahmsweise. Bretter, Bretter, jetzt muss ich was, tue ich, dann tue ich, mach ich das erstmal so, dann klopp ich die, geh mal weg, die Diamanten, sonst nimmst du die. Ja, jetzt hast du sie. Egal. Ähm. Ich mach mir noch was Sticks hier. Boah, hab ich Diamanten, ey. So, jetzt hab ich Sticks. Äh, Quatsch. Diamanten Gold. Klopp mir mal nochmal die Diamanten hier hin, bitte. Da sind die. Sehr schön. So, also, dann mach ich mal Diamantschwerter, ja. Na, henn. Verdammt, warum nicht? Mach mal nen Diamant-Hau. Nen Diamant-Hau. Ja, genau, ja, ja, das ist das Beste, ja. Ja, unbedingt. Ne, okay, also ihr wolltet jetzt, ähm, Schwerter, hier, Eisenschwerter oder was. Obwohl, ne Gold haben noch. Ach, ne, hier hab ich noch Eis. Äh, jetzt zischt es. Oh, fuck, ey. Das ist ein Arschloch hier. So, da liegen noch zwei Schwerter hier. Ich hab hier noch Eisenschwerter. Ich brauch keine. Ich hab schon zwei Vorschläge. Fritz, du brauchst Schwerter? Ja, ich brauch nen Schwert. Oder zumindest eins. Dann komm mal her. Ihr müsst mal zu mir kommen, Alter. Jetzt geht's noch voll höhentechnisch geil weiter. Ich komm mal grad zurück zu euch. Erst mal das Wasser ausmachen, ey. Werft voll an. Verdammt. Ich nehm hier immer die ganze Kack-Automaturen auf. Das nervt langsam. Ach, den ich dir zugeworfen hab? Ja, alles mögliche. So. Jetzt wieder im grünen Bereich alles. Ja, sieht alles ganz gut aus. Also hier sind noch zwei Eisenschwerter, Fritz. Ja, hier, komm mal mit. Hier, da. Schwertchen. Und so, da. Äh, ja, ich hab keinen Platz. Und so. Ähm. Warte, 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 warte. Ich schmeiß einfach hier Kabelstorn weg. Ähm. Und Rottenflash. Jetzt hab ich aber nur noch Brot zu essen. Oh, hier wird gerade Gold geschmolzen. Hab ich reingetan. Sehr gut. Dann tue ich da noch ein bisschen Eisen mit rein. Ja, lass doch mal weitergehen, Jungs. Was rockt? Lass mal schmelzen hier. Dann können wir Platz sparen. Wir können uns ja auch Klötze daraus machen. Und dann haben wir wieder ohne Ende Platz im Inventar. Ja, das stimmt auch, ja. Ja, dann müssen wir hier nur alles am Laufen halten. Ich hab, ey, Jungs, wisst ihr, wie lange das dauert, bis wir hier alles Eisen weggebrannt haben? Ey, sei da, ich irre. Guck mal, warte mal. Ich bau mal noch ein paar Öfen hier. Ja, kostet ja nichts. Blöden Kabelstorn schmeiß ich sonst so weg. Ja. So, nochmal vier. Nochmal drei. Ach, hier ist gut. Nochmal einen. Ich stelle jetzt hier erstmal nochmal acht Öfen hin. Okay, dann kloppen wir die erstmal mit Kohle voll. Ja. So, dann machen wir schon mal Alt rein. Ich nehme hier mal die Hälfte Eisen weg. Kann da rein. Da nehme ich nochmal Hälfte Eisen weg. Da nochmal Hälfte Gold. Da nochmal Hälfte Eisen und Hälfte Kohle. So, ich hab jetzt aber auch eigentlich schon alles im Ofen, was ich hier so hab. Komm, dann nehmen wir hier auch nochmal überall die Hälfte wieder weg. Und gucken mal, dass wir hier wieder rein kloppen. So. Und da. Och, da ist noch keine Kohle dran. Egal, kloppen wir die dazu. So, schmeißt mir mal alle eure Iron-Ingots hin. Bitteschön, 43 Stück. Danke. Da brauche ich da nämlich jetzt schon mal Löcke draus. Hm. Hier. Wer? Warte. Warte. Willst du Gold auch direkt hier kommen? Hast du auf Gold? Ja, ja. Gib mir alles Ruhe. Ja, das stimmt schon. Da hat man schon enorm Platz. Ich hab jetzt aus den ganzen Dingern mal eben hier neun, ganze 19 Eisenblöcke gemacht. Ja, ja. Beim Gold lohnt sich ja fast noch nicht, ne? Oder haben wir über einen Stack? Ich weiß es nicht. Oh, ich glaub, wir haben über einen Stack. Okay. Da können wir uns auch Goldrüstungen bauen. Hm, auch ne super Idee. Ne? Sehe ich genauso. Also, äh, wenn wir nochmal einen Minenschacht finden, wo wir goldene Äpfel brauchen, ich hab noch fünf Äpfel dabei. Oh, komm. Ja, das ist echt, achso, ähm, da könnten wir uns ja sogar fast rein theoretisch schon mal machen, ne? Oh, ich produziert hier noch ein bisschen Blöcke. Und dann hauen wir gleich mal rein. Ich hab mich da hinten echt noch eine richtig geile Höhle gefunden. Ähm, warte mal, ähm, wir müssen noch Sachen zusammenschmeißen. Da hat mal einer Knochen. Ja, ähm, ne, nicht mehr. Die hab ich eben weggerufen. Ja. Da war. Die Eisenblöcke sehen geil aus in dem Texture-Pack hier. Ja. Ja, die sind so richtig, wie so, weil sie nicht so lachen. Genietete Eisenblöcke halt. Ja, genau, ja. So, da kann die Kohle schon aus. Brauch ich auch nicht, das auch nicht. Ach, wir dürfen ihm jetzt alles hinwerfen, was wir nicht brauchen? Ja. Okay. Unser Mülleimer. Wir werfen euch auch mal ein bisschen. Hier, da, da, da. Den ganzen Kammelstern hab ich ja schon entsorgt. Ach, du bist so eine Schwochtel, Kavi. Echt? Schmeiß doch die Pfeile nicht weg, du Otto. Und das Holz. Bist du denn irre? Ey, du bist so ein Spatzel. Ich hab's halt nicht weggeworfen, ich hab's dir hingeworfen. Ja, ja, genau. Das ist was anderes. Ja, nee, das ist das Gleiche. Ich kann ja auch nichts mehr tragen. Nimm mal die Kohle schon mal aus den Öfen, die fertig sind. Nee, die sind... Da oben, die sind zwei auch fertig schon. Irgendwie hängt meine Maus andauernd. Das nervt ein bisschen. Kann ich verstehen. Boah, das war schon 29 Eisenblöcke. 31. Boah, dass das so lang dauert, ey. Du, das Note, das so lang dauert. Neun Goldblöcke bis jetzt. Auch alles noch nicht. Vielleicht da hinten, der ist jetzt gleich fertig. Da kannst du auch dann die Kohle rausnehmen. Boah, das hat jetzt aber auch lange dauert. Das ist immer öde, ey. Auf Öfen warten. Es gibt, glaube ich, fast nichts öderes. Ja, das ist schon nervig, ja. Da hinten, der ganz links ist auch fertig. Ne, nicht der, der rechts davon. Das ist ja, aber. Das ist ja so. Das ist ja so.